Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori in the Blind Forest in the Definitive Edition. So, ja. Gut, hier geht's rund. Also gut, das ist, weil der mir hinterher ballert. Halt so rum. Aber dann baller ich mich in den Tod. Nicht schön. Hä? Ich hab doch ge- Gut, die ersten 10 Tode in den ersten 10 Sekunden, das ist... Was? Blöd nur, dass ich schon wieder vergessen hab, wo ich eigentlich lang muss. Aber ich glaub, jetzt hab ich's raus. Alter. Alter. Nein. Okay, für den Anfang nicht schlecht. Ich hab mich doch gerade wieder alles vergessen habe. So, jetzt. Au. Sau. 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 Hör mir den noch mit. Gott. Ui, ei, ei. Gott. Na. Kann ich zwischendrin irgendwo speichern? Warum glaub... Alter. Warum glaub ich da nicht dran? Hä? Ja. Warum ist dieses Spiel so verdammt gemein zu mir? Das war... Das war... Das war... Ding fragen. Warum hab ich angefangen, das auf... Normal zu spielen? Und nicht... Für mich angemessen auf leicht. Oh, da kommt ja noch einer. Nehmen wir den noch und... Den nehmen wir auch noch. Den nehmen wir auch noch. Den nehmen wir auch noch. Da willst du mich verarschen. Das kann ich doch jetzt eh wieder vergessen. Komm, Selbstmord. Sau. Dein blödes, dreckiges... Verdammte... Aaaaah. Fuck it. Vergessen, dass ich noch Knöpfe hab. Komm schon. Danke. Nehmen wir. Mach was. Nein. Jo. Vier Minuten und kein Stück weitergekommen. So. Gehört sich das doch in diesem Spiel, oder? Machen wir grad scheißegal. Das wird doch schon wieder nix. Aber warum eigentlich? Alter. Der war doof. Merk ich selber. Danke der Nachfrage. Nein. Am letzten Drücker hängen geblieben. äh, auf den letzten Drücker hängen geblieben. Mensch. Leck mich doch am Arsch. Nein. So, wie immer, einen brauche ich noch, um dann zu weit zu fliehen. Ja. Das wird eine Best-of-Fail-Folge, ich merke jetzt schon. Ich hoffe, ich will nicht, wann die Dinger kaputt gehen. Ich merke schon, ich mache heute Überlänge. Und schneid das einfach zusammen. Mach ich eh nicht. Weil ich da einfach nicht mehr hochkomme. Wollt ihr mich denn eigentlich alle verarschen? Das ist doch heute nicht was. Zum Hacker tue ich hier gerade. Am besten einfach ein bisschen verzweifeln. Ja, das nehmen wir auch. Nein, nein. Nein. Und dann? Oh. Echt jetzt? Nice. Hast du auch gleich eine Tür erschienen? Echt jetzt? Natürlich nicht. Nee, ich hab ja schon verstanden, dass da nichts ist. Danke. Ich sehe denn keine Tür zufällig? Wie soll ich da wieder runterkommen? Ich sehe denn diese Tür schön. Es ist scheiße. Vielen Dank. Ich sehe denn die Tür auch nicht. Ich sehe denn die Tür noch nicht! Also, ich sehe denn die Tür noch nicht. wenn der herr ja einfach mal ein bisschen früher so danke das problem ist warte mal dich brauche ich wahrscheinlich noch ja fast geklappt das hätte fast geklappt also ich muss mit doppelsprung und den der sprich ist und aufgeben und ärgere mich am ende weil ich wahrscheinlich irgendwo einfach nur ok erst dash dann doppelsprung ich irgendwo einen einfacheren weg die ganze zeit komplett übersehen ja ich meine ja 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 nice 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 halt warte und nu müssen wir hier lang ne wobei hier gibt es wieder nur energie wobei wenn ich mir meine energie angucke ist das nur ein hier war ich doch schon oder oder war ich hier noch nicht ne ne eindeutig ok so viel ich vergesse ja auch andauernd durch speichern regeneriere ich ja auch energie und nun passiert irgendwas wie soll ich denn na malzeit hätte ich auf dem Weg bespeichern können wahrscheinlich nicht nein ich meine ich kann es versuchen aber es ist immer wieder lustig wie die dramatische Musik dann kurzzeitig stoppt und dann wieder töte mich kann ich den vorher schon aufladen tatsächlich nein ich kann hier nicht speichern ich bin vorbeigeflogen ich bin ich bin ich bin Jaaah! Alter, alter Was zum Wie es weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Daumen nach unten, wenn nicht Und ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht Mann, der Spruch wird immer länger Ich wünsche euch noch was Schönes Gehabt euch wohl und Tschüss Musik 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 Musik